So, kurzes Update Video, ähm, ja, so, äh, worum geht's, ähm, das hier ist Level 1, das ist noch nicht ganz fertig, ähm, war dazu kommen wir gleich, äh, das Video mache ich nur, weil ich, denke ich, mal Bescheid sagen wollte, bis 12. Juni, denke ich, kommt dann das erste Update, mit, kommt dann das Update, mit dem ersten 3D Level, so, warmtarts noch bis dahin, nun, im Grunde, ich muss noch, ein paar Sounds einfügen, weil zum Beispiel, ja, die Stahlpfeilen, die besitzen derzeit noch keine Sounddateien, also die kommen hoch, töten den Spieler, und machen keinerlei Geräusche, das finde ich irgendwie blöd, ähm, dann, dann, zum Beispiel hier, die Bildschirme, für, 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 wo dann halt, die mit Kameras arbeiten, damit man sieht, was man macht, damit man überhaupt spielen kann, die muss ich noch bauen, inklusive, halt, Logik und allem, und dann halt hier, für die Spielwelt, da muss ich halt, muss ich halt auch noch die Logik bauen, für das Hauptskript, sodass ich dann am Ende alles nur noch verknüpfen muss, äh, und, ja, das ist halt das, was ich denke, das ist noch bis zum 12. Juni braucht, die Spiellogik, äh, das ist, äh, der Bildschirm für Einzel- und Mehrspieler, und ich brauche Soundeffekte, und dann halt so Einzelheiten, wie zum Beispiel ein vernünftiges Pause-Menü für ein 3D-Modus, damit das, äh, mit Maus, äh, mit Tastatur und Gamepad funktioniert. Ja, das war's eigentlich schon. Ich will eigentlich schon mal Bescheid sagen. Ja, das ist aussichtlich am 12. Juni das erste Update kommt. Vielen Dank.